Hallo bei den Spielzeugtestern! Heute ist der 18. Ja, ich glaube du hast recht. Da gestern war ja der 17. Dann muss es wohl stimmen, ne? Ja, sonst lass hängen erstmal. Können wir gleich rausfummeln. Oder jetzt. Schere. Schere, Skalpell. Trommelwirbel. Das ist... Es war Gott sei Dank nur die Verpackung. Und das ist ein Looper Flow. Dreh mal um. Ich hab gerade keine Ahnung, was ich... Loopy. Hier auf der Runde... Ich glaube wir packen das mal kurz aus, probieren das aus und dann zeigen wir es euch nochmal. Danke. Bitte. Danke. So, wir schaffen es zumindest, dass sich eine Kugel da drin dreht. Die zweite, die könnt ihr vielleicht da... Die zweite haben wir da oben reingesteckt. Mit einer funktioniert das ganz gut. Ja, aber mit zwei... Aber mit zwei, die fliegen sofort. Mit zwei kann ich das noch nicht. Ne, das müssen wir dann einfach... Oder du ein bisschen üben, ne? Ja. Mit einer ist das einfacher. Guck mal. Vielleicht habt ihr auch so ein Ding. Könnt ihr uns ja mal auf Instagram verlinken, wie ihr das macht. Dann kann man das ja auch hier rein. Ja, da ist extra ein kleiner Halter dabei. Ja. Nix. Noch. Und eine Eins. Ohu. Yay. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018